Musik Besuchen Sie Zubehör für Catering? Bei kingfood.de sind Sie genau richtig. Die Vorliebe für hochwertige Gourmet-Lebensmittel brachte Herrn Kuss auf die Idee, einen Online-Shop zu eröffnen. Seit 2008 bietet Herr Kuss erfolgreich Spitzenartikel für Private, Großverbraucher, Gastronomen und andere Interessierte. Mit knapp 9000 Artikeln zählt kingfood.de zu den umfangreichsten Online-Shops in Deutschland. Basilikoessige, Aromen und Aromapasten, Kuvertür und Mousse, Produkte für die Sushi-Zubereitung, Gebäck und Pralinen, Gewürze und Kräuter, Zubehör für die Molekularküche, Terteliettspastelletten und mehr. Ich bekomme langsam Hunger. Und wie macht man damit auch ein optisch ansprechendes Buffet? Der ganz große Renner bei kingfood.de sind die Bote aus Holz. Sie sind bis zu 180 Grad hitzebeständig und sehen dazu noch gut aus. Erfahrungsberichte über kingfood.de erhalten Sie bei shopauskunft.de und Trust Report. Neu werden auch ein Extra-Shop für Gastro- und Cateringbedarf, sowie ein Shop für Bäcker und Konditoren angeboten. Bekommen Sie auch langsam Hunger? Wir wünschen guten Appetit. Bis bald, euer Kenner24-Dieter.